Das sind die fünf Fahrer, die dauernd an der Spitze sind. ...und sechs Wahlsacke-Quest, ein Aufladen-Wertung. Das hat Österreich 2 Punkt für die Mannschaft 10. Pascal Dieterricht nimmt ein Ziel und ein Punkt für die Mannschaft 6. ...kontro... ...noch zwei... ...Spera Lamy-Sackenwald, was... ...und wächst jetzt mit 55.000 Lachen aus nordischer Fichte ...in dem 4.5.18. Berliner Sechsererei jetzt in der anderen. Schaut mal, der Engländer, da unten, der Europameister ist. Der versucht natürlich jetzt auch fünf Punkte. Das schafft es. Ganz große Klasse in diesem Augenblick. Die einzige, die wir so lange an der Spitze vermisst haben, kommt hier ins Ziel und feiert fünf Punkte mit ihren beifaltigen Landschaftsfreunden. Deutschland-Wahl-Wahl-Kaufsacke. Die Mannschaft 1, die wir in unserem Jahrgang überhaupt nicht gesehen haben... ...die Mannschaft 1. Die Mannschaft 1. Sieg und ich beinahe. Undi. Das ist in der Justine-Rengst... ...wenn jeder Ex-Allen Rennen kommt hier nach vorne. Wer ist es? Manej-Potsalte! Die Mannschaft jetzt ist eine echte Konkurrenz für die ausländischen Teams. Nicht nur auf der Bahnfeierungserfolge, sondern auch auf der Tour de la Française mit dem Café Sieben. Schon 2014 benigten sie gute Plätze in Bremen und Berlin in der Mannschaft 6 Konrad Kessler, Robert Schotze, Deutschland. Die zweite Bundesreiche Mannschaft besteht aus den Binnen und 49 Minuten. Eine Anzeigetafel der Startschirzes. Auch heute konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Rennen. Vierte Nacht. Es führen ja nach den drei Nächten die gebrierte Jonathan Lippen, Robert Dole, die eine ganz beeindruckende Vorstellung hier in Berlin abliefern konnten. Sie haben das Trikot mit der Staffel A14 von F1K, das ist ein Eisröpnis. Und Sie haben sich jetzt auch gleich an die Spitze gesetzt. Schauen Sie einmal, die schwarze 14 jetzt an der ersten Position hier hin. Sie wollen das alles hier von vorne kontrollieren und den Gesamtsinn nach der vierten Nacht hier erreichen. Aber Vorstoß gefahren. Kundestand Nr. 6 Konrad Gäste und Robert Krause in Deutschland. Kundestand Nr. 6 Konrad Gäste und Robert Krause in Deutschland. Kundestand Nr. 6 Konrad Gäste und Robert Krause in Deutschland. Thomas von Johannes Meier. Mannschaft von Heiko Seitz wieder hier mit der schwarzen 14. Die Mannschaft 1. Welche Runde gewinnen für die Mannschaft 15. Achtung, eine Verwarnung. Ganz oben wird in diesem Augenblick der Anruf gefahren von Jan Andrew Kreuler. Und er stoppt sich von oben nach unten in die erste Position. Kommt hier auf die Zielgerade. Man trägt die Startnummer 8 gemeinsam mit seiner Frau. Applaus für Lund. Lund die Bärung. 14 vor 10. 9 und 6. 5 Punkte. Fehlstabung. 13. Johann Tandemburg. Olden Dull. West-Britannien. 3 Punkte. 10. Pascal Hiedrich. Vollziehen. Schweiz. Lieder. 2 Punkte. Für die Mannschaft 9. Tobias Wohl. Stefan Masseller. Österreich. Ein Ball für die Mannschaft 6. Das ist von Mann gestern in Deutschland. Das ist von Mann gestern in Deutschland. Aber die Kugel ist einfach besonders die Mannschaft hier. Und dann haben wir noch die letzte Ruine. Ich glaube, wir haben praktiziert in dieser Augenblick. Und das Finale hier in Berlin. Mal schauen mal. Guck mal mal alles. Dann kommt die Ende der Meisterwoche. Dann Rusia. Dann hast du schon mal in Berlin. Dann sind die E tacke nutt. Also schiefstabung in Berlin. Dann Lahm valves in Berlin. Dann ist die schöne. Biskala hat bei Berlin gespielt. Vielen Dank.